Hallo? Ja, jetzt haben wir erstmal wackes Internet am Start. Ich? Ja. Wir haben GEMA, wenn du den nicht machst. Was ist mit der GEMA? Ja, wir können doch mit der Aufnahme eh nix anfangen, wenn alles von uns Internet ist. Mega kack ist das. Ja, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt jetzt nicht, Lian. TS ist ja auch manchmal down. Kann der Pizmin auch nix tun. So, ich bin beim Checkpoint. Cool. Du bist noch im Game-Mode, Wayne. Das darfst du nicht. Doch bist du, ich kann hier nicht schlagen. Ja, weil ich zu nah bin, ich bin nicht im Game-Mode. Ich kann's dir beweisen, wenn ich dich gleich mal schlagen. Dann spring mal zweimal, spring doch mal zweimal, Wayne. Ja. Ja. Ja, ja, okay. Ist okay, Junge. Kannst du gucken, wie lange du schon aufnimmst? Nein. Oder geht das nicht? Ich bin aber eh gleich weg, also. Stunde ungefähr. Dankeschön. Please. 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 P-L-Z-Boy. Hahaha. Hallo, Lian. Komm zurück. Was denn? Ja, komm zurück. Hat Wayne das nicht gemacht? Nein, der ist vorne runtergefallen. Hahaha. Was ist der denn runtergefallen? Nicht Lolle. Der war doch hier. Voll Lolle. Ja, ja. Du bist nicht an die Leiter gekommen? Ja. Ich bin etwas zu früh abgesperrt. Danke alles an euch, was zu tun. Hui. Hui. So, und. Mensch, Lian, ey. Hahaha. Wir sind so lustig hier. Ihr seid so witzig, wie Algoriden auch. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Ähm. 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 Das verstehe ich nicht. Äh. Oh, weh. Na, Alter. Ah. Ich bin sogar mit Doppel-W diesmal denn gemacht. Ich bin trotzdem nicht drangekommen. Achso, Lian, um nochmal auf die Ausgangsfolge von ganz vorhin zurückzukommen. Was kann man denn nun schenken? Ja, Junge, ich hab doch keine Ahnung, was ich schenke. Ich schenke ihr ein Edeka-T-Shirt. Ähm. Von einem gewissen Laden. Und manche Menschen noch nicht besuchen. Ähm. Äh, keine Ahnung. Ach, du meinst... Wie heißt das denn? Den Link hast du mir da mal geschickt. Weil es die Werbung da im Fernsehen war. Ja, genau. Amorelie oder so. Schicke doch dieses Dillot aus Gold für 3.000 Euro, ey. Das stimmt. Vielleicht muss ich... Junge, schenke doch, schenke doch so'n Geschenkkorb von Edeka. Das wär doch mega geil, ey. Das stimmt allerdings. Von Frau S. Ich darf ja ihren Namen hier nicht sagen. Äh, so unterschrieben oder so. Boah, das stimmt. Das wär super. Das muss ich mir gleich mal markieren. Mach ich denn. Memo an mich? Wie so'n Arzt mit meinem scheiß Aufnahmegerät, ey. Mit meinem scheiß Aufnahmegerät. Na, man kann natürlich auch... Na, du weißt schon wen frage, weil diejenige Person... Mach ich denn! Du hast ja ganz schön viel Ahnung von solchen Sachen. Du kriegst das ja ständig geschenkt. Fängt der Name mit A an oder mit J? Mit J. Was da? Du weißt, wovon ich rede. Du kannst doch unseren guten Freund, äh, Bram, in den Wahl fahren. Stimmt. Ey! Weil der wird mir nur den guten Fotz... Den Fotzstuhl. Schicke doch den Fotzstuhl, ey. So'n scheiß Schreibtisch Stuhl, ey. Wieso bin ich denn nicht tot? Wieso bin ich denn nicht tot, Junge? Ey, was mach ich denn? Oh ey, kannst du das jetzt mal machen? Ja. Jetzt bin ich langsam auf dem Zünder. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich ständig da runterfalle. Auf dem Zünder. Kann ich mir mal den Downfall toggeln? Machst du das selbst? Ist halt echt so, Alter. Ich bin doch Hardy, ich mach das doch nicht selber. Wo ist das hier? Jetzt hab ich's in der Leben wieder angemacht, war. Ja. So, und wenn ihr das jetzt nicht schaffst, Vayne. Ja, ich... Vayne! Einmal nicht geschafft, ich weiß ja gar nicht warum. Vayne! Oh Gott. Woll ich jetzt zuspielen. Vayne! Ist das so wie dieses eine Wort? Welches Wort denn? Welches ist das eine? Hä? Darfst du's nicht sagen, oder? Darf ich? Ja, dann sag es doch. Scheibe. Boah, wie hast du Lust da, der... Hast du Angst, dass Anna zuguckt und sich voll schämt? Kannst du an dieser Stelle mal Anna grüßen? Äh... Äh, nein. Äh... 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 Das ist wirklich ein lautes Grön, ne? Äh... Gut, Vayne! For real? For real? For real? For real? For real? Was denn? Er hat schon wieder getrunken. Oh, Scheiße! Oh, geil! Das war was... Das war Slang. Was denn? Das war Slang. Was denn? Was denn? Er hat schon wieder gesagt. Echt? Echt jetzt? Das war Slang. Ich hab das locker nicht gehört, ey. Das ist ein Wort. Deswegen... Das hab ich vorher auch nicht gehört. Was denn das für ein Schwung, ey? Wann hast du das denn grade ges... Ja, ich hab gesagt, dass das kann sie nicht sagen. Ach so, Anna, stimmt. Oh, Junge, Alter. So lange dauern. Soll ich das denn schneiden, Alter? Gar nicht. Einmal kannst du das da drin lassen, ey. Ich lass das nicht drin. Wir haben das bisher... Außerdem hab ich das Englische gesagt. Außerdem hab ich auch das Englische gesagt, ne? Und nicht das Deutsche. Ja. Weil jetzt auch... Dass das so einen großen Unterschied macht. Ach so? Ja, ja. Ach so, weil es stimmt. Das Englische ist ja der Slang. Das machen ja die untereinander auch. Und die Leute wissen ja nicht, ob ich ein... ...n Endpunkt bin. Du meinst ein Schwarzer. Vor allem ist es doch scheiße... Vor allem ist es doch scheiße, glaub du ein... Das lässt er jetzt auch drin. Ich dachte ja, wenn ich jetzt ein zweimal schneiden muss... ... kann ich doch ein drittes Mal schneiden, ne? So, der Vierer... Aber den schaffst du nicht. Den Zuschauer. natürlich ich hab den nie, ich hab den immer aber im zweiten, dritten Versuch erst die Zuschauer fragen sich natürlich, was für ein Wort, von welchem Wort reden die denn da? tja, den Zuschauer das bleibt wohl unser Geheimnis das bleibt wohl ungespielt ungelöst bleibt na eigentlich wuhu, geschafft ja, auf den Skulls, das war auch richtig Premium auf jeden Fall so, wenn ich das jetzt gemacht habe du Nogger du Nugaschnitte du bist schon richtig ein Nogger, ey ey, das ist ein Eis kennst ihr das nicht? ja doch, das kenn ich das leckere, dunkle Nogger ja, Noggers Noggers in Paris und so 100% dachten die sich auch, als sie das nennen wollten da wollten die es glaube ich echt mit dem N-Wort betiteln und ich dachte, ne, das können wir nicht bringen, ey egal, dann tauschen wir einfach ein Buchstaben aus so war es wahrscheinlich Diam Diam so war es wahrscheinlich Diam so war es wahrscheinlich Diam sag mal, Diam, machst du die Challenge irgendwann mal? wie würdest du uns einfach nur alle langweilen Buchstück Scheiße kein Bock mehr, Alter kein Bock mehr, Alter Change ist noch viel zu easy, ey äh, Sano spielt schon weiter? nee 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 alles Nogger, ey äh, 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 äh Sano, du bist Richard Nogger, ey ich weiß Wayne, hör auf weiter zum Spiel Nogger, ich darf nicht ey, Wayne, lass das mal Wayne äh, lol, was denn das ist jetzt? lol, lol, lol Wayne 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 schreibt, Wayne schreibt man nicht eigentlich mit M oder mit N äh also hättest du Wayne oder Wayne mein Wort wird mit N geschrieben, Jan dein Wort mhm mein Wort achso po das ist dein, das Wort des Tages hm, hm 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 Alter, Junge, ich krieg das grad voll nicht hin, Mann ja, wann kriegst du auch mal was hin in deinem Drecksleben Nogger so gut, ey ja ist noch so warm, ist auch wieder in der Aufnahme die reiche Raucherstimme oh ja in der richtigen in der richtigen zärtlichen Hand meinen Penis umschlingt, ey umschlingt, ey oh ja dann hat sie so eine Auf- und Abwärtsbewegung gemacht bis ich ihre Hand spritze in ihre geschlossene Faust und sie ist dann so raus gewetscht ja, Mann Green Pie Style oh lol oh Liam, ey mach's doch jetzt mal ja, das Haus schon muss doch, musst du weg, oder? ja, muss ich ja, warte mal das ist mein letzter Versuch ja, okay ja, okay Vielen Dank.